Antonio Saura gehört zu den prägendsten Künstlern Spaniens des 20. Jahrhunderts. Seine Werke sind in wichtigen Sammlungen moderner Kunst vertreten und werden im Kunstmuseum Bern gezeigt. Die IGGH bietet ein spezielles Programm für Gehörlose und Schwerhörige mit Gebärdensprachdolmetscherin und FM-Meiling-Anlage. Die Führung findet am Dienstag, 11. September um 7 Uhr statt.